Dan Stevens ist mit Sicherheit der beste Roboter, den ich mir hätte erträumen können und ich bin wirklich sehr glücklich, sehr glücklich über diese Zusammenarbeit, die von vornherein sehr besonders war, weil Dan und ich haben uns tatsächlich über Zoom kennengelernt. Es gab keine physische Begegnung, bis er dann in Berlin war und wir mit der Arbeit angefangen haben. Also ich denke, Jan und ich, bei der Drehbucharbeit entstand dieser Gedanke beim Schreiben von Tom, dass es doch schön wäre, nachdem wir diese Geschichte im Gegensatz zur Kurzgeschichte nicht in einer zukünftigen Welt ansetzen, sondern hier bei uns kaum auf KI-Elemente zurückgreifen, sondern einen Menschen da haben werden, einen Schauspieler, der in der Verabredung mit dem Publikum ein Roboter sein sollte, wenn dieser Schauspieler tatsächlich auch einen kleinen Geschmack von Fremdheit von selbst mitbrächte. Und so haben wir eigentlich überall im Ausland nach jemandem gesucht, der A so gut Deutsch sprechen musste, dass er bei diesen komplizierten Texten von Dan nicht einen Knoten in der Zunge gekriegt hat, wie es wahrscheinlich jedem Muttersprachler auch gegangen wäre, der blendend aussah, weil er aussieht, Dan, entschuldige bitte, und weil es dann natürlich auch besonderen Spaß macht, jemand, der so aussieht wie vorne im Ballroom der Dan, der ja an sehr klassische, wunderbare Männerfiguren erinnert, zu einem Objekt gemacht wird, auch von Halma, als Maschine behandelt wird und eben ein Schauspieler, der noch dazu Selbstironie mitbringt und selbst Vergnügen daran findet, den Tom auch mal so dastehen zu lassen, dass er nicht mehr weiter weiß und dass man, obwohl man nicht vergisst, dass er eine Maschine ist, trotzdem den Charme hat, sich in ihn zu verlieben. Und deswegen bin ich wirklich glücklich, dass es dazu gekommen ist mit Dan.